Zungen. Im Ruhn zischte dieses Wort verächtlich. Sollen sie verrecken, alle Nachkommen dieses verdammten Baden. Sie muss es doch gewusst haben, sie muss gewusst haben, dass das fahrende Volk seine Saat verteilt, wo es nur geht. Und trotzdem hat sie ihn geliebt, ihn, nicht mich, einen König und Herrscher. Sie hat einen Scharlatan mit einer schönen Stimme wahrer Größe vorgezogen. Es hatte gedauert und der Gedanke war in Erjik heraufgedämmert, kaum spürbar zuerst, war aber immer stärker geworden und jetzt hat er sein Bewusstsein völlig durchdrungen. Das Lied, Isis' Lied, es war die Wahrheit. Es musste sich alles mehr oder minder genau so zugetragen haben, wie in den Strophen des Stückes. Isis hatte sich Imrun widersetzt, hatte sich einen Baden zum Liebhaber genommen und Imrun hatte ihn ermordet, hatte ihm seine Zunge und damit seine Stimme genommen, seinen Zauber. Und dann, Erjik hatte große Mühe, diesen Punkt als die Wahrheit anzunehmen, hatte Imrun diese Zunge ins Meer geworfen und daraus war die Inselstadt Namersa entstanden. Erjik schüttelte sachte den Kopf, so als würde dies helfen, seine Gedanken zu sortieren. Ihr beide werdet also zu ihr gehen und ihr sagen, dass ihr ihr eure Zungen gegen Gold überlassen werdet. Ihr werdet einen Treffpunkt vereinbaren, nicht so weit weg vom Palast. Und da werde ich auf euch warten. Und dann werde ich sie töten. Das ist die einzige Chance, die ich habe. Ich widerstehe den Einflüsterungen der Hexe bereits so lange. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das einzige Wesen auf dem Kontinent bin, das auch der Herrin der Zungen gewachsen ist. In gewisser Weise sind sie eins. Imrun musterte die beiden, einen nach dem anderen. Habt ihr das verstanden? Euer nächtliches Spiel in meiner Stadt hat ein Ende. Ihr werdet eure Beute nehmen und zu ihr gehen. Der Trankbrauer nickte sofort. Erjik brauchte noch einen kleinen Moment. Schließlich nickte er doch, ohne sich wirklich sicher zu sein, dass er seinen König nicht soeben belogen hatte. Hatte er wirklich verstanden? Der Inselkönig wollte nicht, dass seine Garde oder seine Dienerschaft mit der Frau in Kontakt kamen. Wenn sie einmal mit ihr in Kontakt gestanden hätten, könnte er seinen Leuten nicht mehr trauen. So weit, so gut. Oder auch nicht. Und dann sollten sie so tun, als würden sie aus freien Stücken zu ihr kommen und ihr die Zungen bringen, die sie ihr bei dem Versuch, das Geheimnis ihrer Macht zu entschlüsseln, vor der Nase weggeschnappt hatten. Gut, dabei waren sie in der Tat grandios gescheitert. Zumindest bislang. Er erinnerte sich an die grausamen Versuche, bei denen es ihm fast gelungen war, sich die Macht nutzbar zu machen. Nun ja, zumindest hatte er das geglaubt und etwas ein Krippeln verspürt.